Es ist Zeit für eine weitere No-Coin-Challenge. Kann man Super Mario 64 durchspielen, ohne eine einzige Münze einzusammeln? Es gibt in dem Spiel insgesamt 120 Sterne und 70 braucht man, um das Spiel durchzuspielen, um zum Finale zu kommen. Man kann also einige auslassen, aber für viele Sterne muss man auch zwingend Münzen einsammeln, es fallen also sehr viele weg. Können wir es also schaffen? Können wir das Spiel komplett ohne Münzen durchspielen? Finden wir es heraus. Wir legen los. Let's go! Yay, wir haben gleich den ersten Stern! Type! Oder so. Wunderbar. So, wir gehen mal nochmal kurz rein, aber ich glaube, das wartet schon. Außer ich schaff's doch noch, den Bob-Omb-Glitch hinzubekommen. Jetzt bin ich gleich tot. Haben wir gleich den ersten Tod, weil ich den Glitch nicht hinbekomme? Ja, keine Ahnung. Ja, da muss ich jetzt fast einen Weitsprung machen. Okay, Weitsprung ist quasi... So, okay. Nice. Boah, geil! Mit Controller auf den Kopf Weitsprung hinbekommen. Da bin ich stolz auf mich. Komm! Jawohl! Jawohl, geil! Nice! Sehr schön. Ei, ei, ei. Okay, ja, ist ja okay. Ich meine, sterben ist nicht so schlimm wie die Münze einzusammeln. Einfach auf die Ecken der Plattform stellen. Einfach. Ja, aber das stimmt sogar. Das ist echt nicht so schwer. Er schnimmt. Okay. Ja. Okay. Ruhig, ruhig, ruhig. Und drei Hechtsprungen. Pff. Uff. So, jetzt aber. So long, Gabe Bowser. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, gut, gut, gut. So, jetzt am besten hier nach unten jumpen. Das kriege ich hin, oder? Ja, das kriege ich hin. Easy. Ja, ruhig. Ja, gar kein Problem. Okay. Ja, das war's dann schon. Also bisher, ich meine, in Worms Fortress haben wir eine gute Ausbeute gehabt. Da haben wir ja alle bekommen, bis auf Red Coin und 100 Münzen. Die gehen ja nie. Aber in Worms Battlefield haben wir zwei Sterne, abgesehen von denen, liegen lassen müssen. Und hier sogar drei Sterne, abgesehen von denen, die immer nicht gehen. Also bisher keine so gute Ausbeute sogar. Oh shit. Alter, ich hasse den Stern so sehr. Komm, hallo. Was? Wie hat er mich jetzt ge... Ach, das gibt's ja gar nicht. Was zum Teufel? Dürft schon passen. Wir machen mal lieber Kurs verlassen. Das war mir gerade ein bisschen zu riskant. Zwischen den ganzen Münzen. Huiuiui. Ich habe noch keine einzige Münze eingesammelt bisher. Ich musste... Oh, um Gottes willen. Ich musste noch nie resetten. Das soll auch so bleiben. Oh Gott, das wird schief gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bleiben die für immer da eigentlich? Ne. Geht schon weg. Okay. Ganz ruhig bleiben. Das ist kein Lark. Das war Können. Aber es war ziemlich knapp. Das muss ich zugeben. Aber ich habe noch immer keine einzige Münze eingesammelt. Ich musste noch immer kein einziges Mal resetten. Bin ich ziemlich stolz drauf. Boah, ich wäre fast gestorben. Der fucking Felsen hat mich einfach in die Münze reingeschubst. Ist gar nicht so einfach hier da jetzt durchzukommen. Nein. Oh, es wäre fast wieder passiert. Okay. Okay. Egal. Nicht egal. Ach, diese... Diese dummen Felsen, man. Das ist ja so nervig. Oh Gott. Oder ich mache halt von der Wand einen Wandsprung weg. Ich mache einen Weitsprung gegen die Wand und dann einen Wandsprung auf die Plattform. Das klappt bestimmt. Da falle ich bestimmt nicht in die Münzen rein. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Die droppen sogar auch noch Münzen, ne? Ei, ei, ei. Der wirft mich einfach mit Münzen ab. Die Sau. Weil er genau weiß, dass ich eine No-Coin-Challenge mache. Also ich glaube aber, wenn ich den Stern von der Seite aus sammle, dann kriegt Mario keine Münze. Wenn ich aber den Stern von hier aus sammeln würde, dann würde er in der Münze drin stehen. Was passiert dann? Aha, es geht. Easy. Easy, Leute. Wunderbar. Mario stand eigentlich in der Münze drin, aber hat sie nicht eingesammelt. Null Münzen. Ekelhaft. Ja, das war kein Weitsprung. Nein. Nein. Ja, lieber sterben, lieber sterben. Ach Mann. Warum hat er keinen Weitsprung gemacht? Der Depp. Ich hab Weitsprung gemacht, Leute. Oh Gott, jetzt werd ich fass in der Münze gelandet. Okay. Dann machen wir mal den anderen. Geh mal den anderen Weg. Das war ja geplant. Ach, ich bin aber auch so scheiße. Dann gehen wir doch wieder den Weg. So. Oh Mann, ey. Nice. Na, also. Hier we go. Ja, weil ich müsste halt da runterspringen jetzt. Aber da nehme ich halt dann Fallschaden und sterbe. Ich hab keinen Fallschaden genommen. Ich bin nicht durch Fallschaden gestorben. Ziel erreicht. Nice. Uff. Yay. Sehr schön. So, jetzt. Zweiter Bowser. Let's go. Wow. Okay. Jetzt berücksammle ich den nicht durchs Gitter ein. So long, Gabe Bowser. Ganz vorsichtig. So long, Gabe Bowser. Yay. Sehr schön. Äh. 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 Okay, okay. Das war knapp. Äh. Äh. Geil. Äh. Hä? Oh Gott. Okay. Nee. Warum? Da oben ist der Stern. Da ist er. Warum sind dann auch so viele Münzen im Weg? Äh. Oh Gott. Äh. 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 Ja, ist schon ein bisschen kacke. Weg. Genau, ich muss halt die Blöcke aktivieren und dann schnell weg. Weil es ansonsten Münzregen gibt. Aktivieren und schnell weg. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das ist ja hart nervig. Mario kann sich da nicht festhalten und prallt dann immer ab und fällt runter. Ist das nervig. Das war sehr knapp. Alter, Leute, ich hab grad... Ich hab vergessen, dass ich eine No-Coin-Challenge mache. Ich hab's grad vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Genau in der Sekunde, wo ich sie eingesammelt hab, ist mir so aufgefallen... Oh, ups. Da war doch irgendwas. Nein. Jetzt muss ich die Scheiß-Mission nochmal neu machen. Ah, nein. Ja, deswegen hasse ich die Person. Aber das war auf jeden Fall meine eigene Schuld auch. Ich hab halt noch ein bisschen warten zu haben einfach. Hated. Was? Zum Teufel. Weil ich den... Weil ich den Gegner gerade besiegt habe, lagen hier noch Münzen rum und jetzt hat mich die Eiswand da in die Münzen reingeschoben. Was passiert eigentlich gerade? Zwei Münzen in einer Mission einfach verkackt. Das kann doch gar nicht sein. Warum ist er... Hä? Ich hab's schon kommen sehen. Das ist doch jetzt hier unter mir irgendwo, oder? Dann halt Double Jump und Triple Jump dann hoch. Alter, was war das für eine Hitbox? Was war das für eine Hitbox? Ich war doch ewig weit weg. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Münzen überall Münzen. Okay. Aber wo ist nochmal der Schalter? Nee, der ist auf der anderen Seite. Stimmt. Ach nee, da unten wäre er gewesen. Da unten war er. Da unten war er. Mann. Moment. Okay, wunderbar. Wunderbar. Ach, ich war doch drauf. Na also. Geht doch. Nein. Nein. Das gibt's doch. Alter, warum krieg ich den dummen Stern eigentlich jetzt nicht? Ich... Das ist... Mann, ey. Hier we go. Ich könnte einfach den komischen Lakitus-Skip da machen. Ja, oder ich sammel zwei Münzen ein. Das geht natürlich auch. Jetzt habe ich beim letzten Stern nochmal zwei Münzen... Ach, komm. Oh ja, ich war mega unkonzentriert irgendwie. Mann. Yeah. Hier we go. 70 Sterne. Jetzt auf zu Bowser. Nein. Ich habe die nicht rechtzeitig gesehen. Ach, ich habe die gar nicht... Da war noch die Wand im Weg und die sind erst so spät gespawnt. Das sind so ziemlich die letzten Münzen, die man sammeln kann. Also komm. Das gibt's ja gar nicht. Komm. So long, Gabe Bowser. Yay. Geschafft. Nice. Damit haben wir Super Mario 64 durchgespielt. Ohne eine einzige Münze einzusammeln. Yay. Wunderbar. Ja, war echt eine coole Challenge. War cooler als ich dachte im Vorfeld. Ich dachte im Vorfeld, die wird ziemlich einfach und gar nicht so super interessant. Also mir war natürlich klar, dass sie schon trotzdem cool sein würde. Aber die war jetzt cooler als ich dachte sogar. War ziemlich nice. Das war ziemlich anstrengend, also darf sich Mario erstmal ausruhen. Aber wenn ihr weitere Challenges dieser Art sehen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da oder folgt mir auf Twitch, um bei solchen Challenges live dabei zu sein. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.